Ich fahre ehrenamtlich, weil ich den Leuten ein Früh machen will, und ich schenke ihnen meine Zeit. Jeder kann was Gutes tun. Jeder. Auf seine Art. Und das kommt ja viel zurück. Ich kann es nur jedem empfehlen. Jeder soll ihnen etwas Zeit schenken. Zeit. Der Manfred war mein Riesch-Fahrgast. Der hat sich das erste Mal direkt hier hineinschauen. Und dann sind wir zwei miteinander ein Räntchen gefahren. Ja. Und war das schön? Ja. Und frei. Und frei, ja genau. Ja genau. Ja genau. Verdammtisch! Ja genau ja. 했다offsisch. Ich war jubelig. Jasenach bitte mal. Filjenige nicht. Untertitelung des ZDF, 2020